Si Senor. Warum ich filme und nicht mehr esse, ganz einfach, weil mein Reisekollegin mir meinen Teller weggenommen hat. Der sieht zwar aus wie eine Speiche, aber es ist siebenköpfige Raupe. So, ich filme jetzt mal so ein typisches Street-Food-Restaurant, wo man günstig essen gehen kann in Kolumbien. Das sieht so ähnlich aus wie hier. Das sieht so ähnlich aus wie hier. Die Innenstadt von Cartagena, siehst du? Weg von den hässlichen Hochhäusern, ey. Cartagenas Altstadt wurde im spanischen Kolonialstil errichtet. Viele größere Denkmäler, Kirchen, Festungen wie die Castillo de San Felipe de Barajas, der ich ein enges Video noch widme, wurden von den Spaniern im 17. Jahrhundert errichtet. Cartagena ist die touristisch meistbesuchte Stadt Kolumbiens. Hier zu sehen in Cartagena animalische Rhythmen von den Nachfahren der verschleppten Sklaven. Weitere Aufnahmen habe ich noch in anderen Videos für euch eingebaut. Weitere Aufnahmen Wiritere Aufnahmen Oh ja, ist das hier ein Hotel? Calle del Esquita Santo. Das ist ein Hostel. Das ist ein Hostel? Das ist ein Hostel. Übrigens, was ich hier filme, ist ein Hostel. Das sieht ja so mega aus. Das ist ein Hostel. Das ist ein Hostel. So ein Hostel. Ist das cool. 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 Ist das cool.